Hallihallo, Lucius Raccoon hier mit einer neuen Folge Wide West and Wizards. Ja, ich muss zugeben, heute bin ich noch planloser als sonst. Ich habe, normalerweise überlege ich mir immer so ein bisschen, was ich machen will. Klar, wir haben Quests, denen wir folgen können. Aber, hm, ich glaube, ich möchte jetzt trotzdem mir nochmal den Cave angucken. Weil da waren doch ein paar Windungen, die wir noch nicht gesehen haben. Und da bin ich einfach zu neugierig, was es da noch so gibt. Ich muss nochmal kurz gucken, ich kann mich nämlich nicht erinnern, haben wir alle Zaubersprüche aufgewertet. Den Heat nicht, ähm, den Heat to Resistance. Ach, das machen wir jetzt noch. Das schadet bestimmt, im Moment ist das, ja, das ist die Zauberröte. Ja, bei Nacht sieht man die Farbe gar nicht so gut. Hm, Upgrade, bitte. So, sehr gut. Ja, ich bin auch noch am Überlegen, ob wir vielleicht die Waffen upgraden. Aber gut, für die Höhle reicht es auf jeden Fall. Und vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Können wir uns ein bisschen Geld sparen. So. Oh, guck mal hier, das leuchtet auch schön in der Ferne, das Feuer vor der Höhle. Sehr schön. Ja, ich möchte einfach nochmal reingucken. Ja, wer, wer, also sprich, weiß ja, die neuesten Quests sehen will, muss dann die nächste Folge sich angucken. Ist eigentlich hier auch ein Grab da? Nee. Aber ich bin jetzt gerade nochmal echt gespannt, weil da gab es noch ein paar Gänge. Wahrscheinlich ist es dann trotzdem bloß eine ganz kurze Sache. Ähm, wie ihr gerade hört im Augenblick, ich bin ein bisschen nasal. Ja, leichte Erkältung. Aber ist auch die Jahreszeit einfach. Ähm, Moment, wir waffen uns mal. Äh, alles nei, was geht. Das ist ein bisschen Eis, wisst du, eigentlich brauchen wir dann das hier nicht. Aber, ach, frisst ja kein Brot. Äh, die Schrottflin ist vielleicht ein bisschen weit weg. So. Okay, dann wollen wir mal. So, erledigt. Das ging ich sch... Huch. Aha, dein Feuerspruch. Äh, nein, andersrum. So, jetzt halt aber. Das ist ein bisschen nervig. Ja, unterbricht nicht das, ähm, ne? Das Nachladen, wenn ich einen Zauberspruch machen will. Das ist ein bisschen unschön. Das stört zum einen den Fluss und zum anderen, ja, wenn man sich umentscheidet, ein bisschen blöd. So. Ne, hier ist schon alles weggeräumt. Okay, gehen wir noch mal rein. Äh, meine Eisrüstung ist auch schon wieder weg. Ne, 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 ne. Hält die kürzer. Äh, nein. Was suche ich denn? Abilities. Ne, 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 ne. So ein paar K-Storation. Ah, Tatsache war die Held nicht so lange. So, ähm. So, erledigt. Ah, seht mal, hat sich schon gelohnt. Jetzt haben wir nämlich noch ein Schlüsselteil. Das heißt, damit können wir jetzt dann, ähm, so ein Truhen-Ding machen. Das mal sind wir ja in so eine Grube reingefallen. Und deswegen ist, deswegen, das ist mit auch der Grund für die Leute, die sich die letzte Folge nicht angeguckt haben. Ähm, fangen wir mal die stärkeren Kugeln rein. Ich war ja eigentlich in der Höhle und unsere Explosion wurde ein bisschen verkürzt, weil ich in eine Grube gefallen bin. Dankenswerterweise konnte man sich da rausdebredieren. Zum Beispiel, au. So. Ja, die Grünen, die, die machen es schon. Seht ihr hier, da waren wir das letzte Mal, bin ich da nicht langgegangen. War ja auch letztendlich richtig fürs Quest zumindestens. Ne? Oh. Ach, nicht die, ich wollte doch die Grünen. Warum hat er denn jetzt, ist das nicht genug? Wie viel Schuss habe ich denn da eigentlich drin? Oh, 10. Interessant. Das sind doch relativ viele Patronen dann. Ah, guck mal, da kann man rausgucken. Ist das einfach bloß mal einmal im Kreis. Also die Höhle ist extrem groß und verschachtelt. Wie ihr hier seht, schon wieder eine Abzweigung. Gehen wir jetzt mal links rum. So, na. Man bleibt mir mal ein bisschen hängen. Ja. Ach, sag mal, waren wir dann da schon? Wenn das fast schon ausgeräumt ist, wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich bloß eine extra Biegung. Gucken wir mal da lang. Gucken wir mal. wieder in der Stadt sind. Weil das macht doch einiges aus. Ich könnte doch auch mal meine Scharfschützen-Skills versuchen. Und mal den Revolver hier zu nehmen. Wie viel Schadensunterschied macht das? 17. Der ist ja trotzdem relativ stark. So. Ich bräuchte echt mal eine bessere Schrotflinte noch. So. Schade, dass er nicht gemischt dann lädt. Das wäre doch eine schöne Sache. Können wir da durchgucken? Hallo. Ach, das ist ja cool. Aber ich glaube, das ist die Räumlichkeit, die wir kennen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie die Höhle aufgebaut ist. Sie ist ein bisschen verwirrend für mich. Aber anscheinend macht es... Ich wollte jetzt mit dem Finger gerade den Bogen zeigen. Aber anscheinend gibt es einen linken und rechten Bogen. Was auch ziemlich schön eigentlich vom Design her ist. Das heißt nämlich, man kommt eigentlich immer zum Ziel, egal wie man läuft. So. Erstmal. Oh, ein Level 3. Na dann. Wollen wir nochmal. Wer bemerkt uns ja zum Glück nicht. Ich bräuchte so eine Kurztaste fürs Buffen. Ja, ich buff alles hier. Was denkt denn ihr? So. Ja, perfekt. So, erledigt. Oh. Adelins. Das hatten wir doch schon. Okay, das ist kein Unique-Gegenstand. Nein. Ist doch. Adelin? Adelin. Mhm. Na gut. Ja, sowas sollte vielleicht nicht passieren, weil so ein Gegenstand hätte... Was hätte ich jetzt als Unique-Betreuer... Ach, und da kommt man wahrscheinlich runter. Wir gucken mal kurz. Müssen wir nachladen? Ja. Okay. Hm. So. Ja, steh im Feuer und brenne. Hihihi. Na komm. Feuer! Na. Jetzt aber. So. Oh. Ein paar Obgejokes. Äh, Orbs. Das schadet nix. Ja, da merkt man manchmal so ein bisschen, dass der Kampf leider nicht ganz so optimal ist. Oder ist ne Kulturen? Kann ich die öffnen? Ne. Ah, doch. Schön. Haben wir die jetzt letztes Mal auch gefunden? Nothing to loot. Oh. Ja, okay. Hier waren wir wirklich schon. Die Kisten sind schon ausgeräumt. Okay, dann können wir wieder rausgehen, würde ich sagen. Ähm. Was wollte ich denn jetzt erzählen? Naja, wir haben ein bisschen Geld mitgenommen. Muss reichen. So. Wenn wir hier hochgehen. Genau. Äh. Ich hänge. Komm nicht über die Kante, tue doch jetzt. Dann kommen wir jetzt hier wahrscheinlich. Ah ja. Das ist wieder das Fensterchen. Ähm. Jo. Was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen? Was den Kampf einfach insgesamt ein bisschen träge macht, ist, dass der Waffenwechsel manchmal ein bisschen langsam ist. Wie gesagt, dass man das Nachladen nicht einfach unterbrechen kann. Ich frage mich. Soll ich da mal reinspringen? Ja. Autsch. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen im Froschertrang. Ich gebe es zu. Ah, hier waren wir aber noch nicht. Seh mal an. Oh nein. Äh. Äh. Ah, wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich möchte da jetzt auch nicht runterspringen, weil das macht doch Schaden. Ach, wir riskieren es jetzt mal. Hast du uns vergessen, ja? Alter. Wo bist du? Durchgeklippt. So. So. Nein. Wir haben auch nichts Neues hier gefunden. Okay. Das ist schwer zu erklären, wenn man es nicht sieht. Also, wann Zauberspruch eben schießt und wann eben dann ein Gegner getroffen wird, das ist manchmal ein bisschen unglücklich gewählt, würde ich sagen. Probieren wir das nochmal. So. Das letzte Mal haben wir es ja auch überlebt. Jetzt sind wir mal vorsichtig. Autsch. Aber geschafft. Aber ich wollte nicht mal gucken, ob... Nein, da ist doch kein Gang hinten. Weil mir beim letzten Video nochmal aufgefallen ist, dass als ich mich hier gedreht habe, dass hier ein Gang hinter ist. Aber das sind anscheinend wirklich bloß die Schächte. Na gut. Na gut. Aber der hat sich immerhin wieder aufgefüllt. Na gut. So. Und dann teleportieren wir uns wieder raus. Ja. Also jetzt nochmal zurück zum Kampf, weil ich schon wieder davon abgeschweift bin. Ich laufe so lange einfach mal ein bisschen hier rum. Nämlich... Oh, was ist denn das? Ach, das ist der Mond. Gucken wir doch mal über den Hügel drüber. Ja, es fühlt sich dadurch alles ein bisschen schwerfällig an. Man hat zwar zum Beispiel diese coole Ausweichbewegung. Man sieht es hier fast gar nicht. Aber man macht ja so wusch und Ausweich. Aber... Insgesamt fühlt sich der Kampf ein bisschen schwerfällig an. Gut, wir sind ein Zauberer und kein Ganzlinge, aber... Irgendwie wäre es halt schon schön. So. Aber in Ruhe. Wenn wir eben ein bisschen mehr... Kämpfen könnten einfach... Also... Ja, der Kampf könnte sich einfach insgesamt ein bisschen flüssiger anfühlen. So. Es ist einfach ein bisschen schade. Wie gesagt, zum Beispiel, wenn man nachlädt, dass sich dann... Dass dann die Nachladeanimation eben unterbrochen wird. Und... Da ist eine Hütte. Dass man eben sofort einen Zauberspruch sprechen kann und nicht erst warten muss, bis die Nachladung ist. Aber auch der Waffenwechsel ist manchmal nicht ganz so schnell und flüssig, wie es sein könnte. Einfach vom Gefühl her. So, da ist ein Banditencamp. Ja, ich spähe gerade ein bisschen das eine Quest aus vom letzten Mal. Das... Alter! Wo? Das war ein Skorpion, oder? Ja. Jetzt reicht's aber. Noch einer. Okay, man sollte nicht einfach in die Wüste gehen. Warten. Ah, Mensch. Hier, jetzt halt. Puff, macht's. So. Ähm... Das könnte natürlich hier unten sein. Manchmal... Ich hab noch nicht... Noch nicht so das Gefühl, wie weit man für ein Quest laufen muss. Edge down. Ihr seht. Ihr haust es aus, over the hill, and pass the cave. Ihr seht. Das Haus würde be on the left side of the road, just after passing up. And... Enchant... Eine Verzaubererstatue. Mhm. Ich seh schon, da müssen wir wieder... Äh... Gott, das wird schon wieder so eine Irre- und Wirrungs-Geschichte. So, jetzt sind wir, glaube ich, auf der Straße. Ja, gut, die geht südlich. Gucken wir mal, weil die Statue würde ich ja schon noch gern sehen. Aber ich merke auch grad, also das Sprechen ist schon ganz schön anstrengend. Die Straße könnte einfach ein bisschen deutlicher sein. Bin ich jetzt noch auf der Straße oder ist das Wüste? Das... Ja, ich würde erwarten, dass man eine Straße einfach als Straße erkennt. Also südlicher Weg wären wir. Und da wäre ein Banditencamp. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir nur durch die Wüste irren. Ich mein, hier ist schon so eine Textur. Hier nicht. Das heißt, das ist bestimmt die Straße. Ich weiß eben nicht, ob das so vom Setting her gewollt ist. Dass man die Straße eigentlich gar nicht erkennt. Und hier sind auch Bäume im Weg. Ich glaube, dass da unten ist die Straße. Ja, aber ihr merkt schon so anhand dessen, dass ich sag, äh, was ist jetzt die Straße? Das macht es natürlich schwierig. Insbesondere, da man eben keine Questmarker hat. Oh, schon wieder, wo? Na komm, ey. So. Ah, der Eis hat ihn gleich erledigt. Sehr schön. Was ist das? Ah, eine Blume. Die nehmen wir mit. So. Ja. Mmhm, mhm, mhm. Wo gehen wir denn jetzt da überhaupt hin? Ja, hier wäre ein Banditencamp gleich neben der Straße. Da warst du. Ja. Und das könnte schon sein. Wenn da jetzt noch eine Statue ist. Und das ist direkt neben uns. Wir sind ja immer in den Süden gegangen. Zwar mit ein bisschen hin und her. Aber... Ah, hat er uns schon entdeckt. Ah, nein. Aber langsam gewöhne ich mich an die Aus... Ausweichsschrittbewegungen. Was bist du denn eigentlich? Du bist ein Eiswissert. Erledigt. Unsere Kumpels haben zum Glück nichts mitbekommen. So. Ah, ich weiß nicht. Der Revolver, der... Der gefällt mir nicht so. Ich nehme doch lieber unser Gewehr. Erstens hat es ein paar Schuss mehr. Ja, er ist eigentlich schon stärker. Ah, aber... Naja, außerdem irgendwie ein Revolver ist schon cooler. Noch cooler wäre es, wenn wir jetzt zwei hätten. Ja, aber ist das das richtige Banditencamp? Ich weiß es nicht. Oh, oh. Irgendwann wird es sich mittlerweile Magie. Weil die haut auch übelst rein einfach. So. Hui. So. Erstmal eingefroren. Null. Gleich nochmal truf. So. Erledigt. Erledigt. Ey. Habe ich einen übersehen? Wo? Wo ist er denn? Ach, da. Ach, das ist ein... Ja, manchmal wünschte ich mir, dass man die Zaubere auf jeden Fall besser unterscheiden könnte. Weil der ist ja für mich jetzt... Oh, da ist noch einer. Oh, der ist stark. Level 4. Nein, nicht noch. So, mal ein paar Tränke runterschlucken. Mal schnell. Hallo, ich habe doch extra einen Tränke getrunken. Nochmal. Ach, die füllen einfach. So. Genau, laden wir ein bisschen nach. Ja, aber hier ist das Ausweichen schon ganz praktisch. Die Zucker... Der ist... Die Zucker hat eine Schrotflille. Warum benutzen wir eigentlich? Nein. Ach, habe ich jetzt so ausgerüstet? Ich depp. Alter. Hallo. So, jetzt hat er aber... Na, immerhin ein Level abgeholt. Neue Stiefel. Sehr schön. So, jetzt haben wir, glaube ich, aber erstmal hier alle erledigt. Ja, war ich zu sehr aufs Looten aus. Zu wenig auf die Sicherheit. Erstmal gucken, ob überhaupt noch ein Gegner da ist. Ja, aber die Waffenkombination ist jetzt natürlich auch nicht so mega. Ja, machen wir es so. Der Revolver. Der ist nachgeladen. Okay. Na, ich wollte ja eigentlich auch bloß auf die Schrotflinte zurückrufen. Ähm, haben wir da keinen? Haben wir auch keine Sonderkugeln. Okay, okay. Das ist eigentlich auch nicht das Banditencamp in der Beschreibung. So, da la. Mhm. Oder muss ich einfach noch weiter geradeaus gehen? Oh, eine kleine Truhe. Was haben wir da? Ah, immerhin ein neuer Zauberspruch. Cloak of Flames. Na, ein Schlüsselchen. Storage Cave Key. Okay. Tabak. Empty bottle. Whisky. Ja, sehr schön. Und was steht da? Place to store our supplies. The cave north of here up on the hill has worked out great. Okay. Lock it up and keep the key over here from now. Picking more than the fair share. Okay. Also, im Norden gibt es einen Cave. Also, hier. Diesmal war es schon Norden, oder? Ach, Moment. Das war kein neues Quest. Okay. Äh. Okay. Nördlich soll hier ein Cave sein. Okay. Diesmal habe ich schon die richtige Richtung gelesen. Also gehen wir mal nach oben. Irgendwie einfach mal ein bisschen herum. Nördlich. Renn, 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 Renn. Blume. Nein. Daneben. So. Nördlich, 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 nördlich. Ah, Storch Cave. So, jetzt müssen wir bewusst den Eingang finden. Ist das da, wo die Felsen sind, oder müssen wir weiter hoch? Ah, hier. Na, den haben wir doch gut gefunden. So. Oh, das ist ja sehr einladend. Oh, die Beutel sind leer. Nein. Oh, guck mal, da ist noch ein Kreuz. Schauen wir mal. Und ein Grab, das wir plündern können. Sehr schön. Und ein grüner Emerald. Sehr gut. Ja, also man muss bloß den Richtungsangaben glauben. Deswegen müssen wir vielleicht für das andere Quest einfach noch weiter nach Süden gehen. Gar nicht so viel denken. Einfach die Richtungsbeschreibung passen. Und ich muss einfach sagen, ich würde jetzt zwar wahnsinnig gerne da reingucken, aber mein Hals kratzt doch ganz schön. Deswegen sage ich jetzt erstmal auf Wiedersehen. Und ich bin selber gespannt, was uns da drinnen erwartet. Dann sehen wir uns. Moment, bevor ich es vergesse. Wir haben ja neue Stiefel hier. Level 4. Und wir sind ja auch Level 4. Ich glaube, Waffen upgraden, das bringt es echt nicht so. Zaubersprüche, die ansteigen, die gibt es ja dann nicht nochmal. Aber 2. Ja, die tun wir doch auf jeden Fall anziehen. So. Neue Stiefelchen an. Sehr schön. Wobei ich auch das Gefühl habe, die Waffen upzugraden, wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Weil gut, die sind jetzt bei Level 2 und Level 4. Na ja, wir gucken mal, wie wir uns in der Höhle schlagen. Ansonsten müssen wir vielleicht doch nochmal in die Stadt zurück. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Also dann. Bye, bye. Und schaut wieder rein. Oder schaut bitte überhaupt. Und ich habe noch jede Menge andere Videos natürlich auf meinem Kanal. Alter. Zu viel geredet und schon. Hä? Das hat auf jeden Fall die Fässer umgeschmissen. Wo bist du? Wo bist du? Ich habe es doch gerade gesehen. Versteckst du dich im Gebüsch? So. Abgefackelt. Sehr gut. So. Jetzt aber wirklich. Hier geht es dann das nächste Mal rein. Uh.